Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge CodeVane. Wir haben in der letzten Cutscene den Jäger getroffen, hier hinten, der irgendein komisches Ritual mit seiner Partnerin durchgezogen hat. Mit so einem blauen, ja, weiß ich nicht, Parasiten oder sowas, den die in Sicht aufgenommen hat. Wir werden das jetzt weiter erforschen, was da genau passiert ist. Ich habe inzwischen herausgefunden, wie man dem Partner los wird. Und das mit den Fähigkeiten habe ich jetzt auch gecheckt. Also, es gibt wohl hier verschiedene Bluttypen. Das wisst ihr wahrscheinlich alle schon längst, aber ich habe es nicht gelesen, darum war es mir nicht klar. Und die haben spezielle Fähigkeiten. Und wenn man die Fähigkeiten gemeistert hat, kann man sie auch in einem anderen Bluttyp ausüben. Darum werde ich jetzt eine Zeit lang den Ranger spielen, damit ich das Ausdauer Plus kriege. Als Passiv. Weil ich das einfach angenehm finde, glaube ich. Wenn ich mehr Ausdauer habe, kann ich mehr tun. Und machen. Danach werde ich andere Bäume maximieren, um andere passive Boni mitzunehmen. Von den Fähigkeiten her bin ich eigentlich mit dem Prometheus-Zeug ziemlich zufrieden. Das Feuerschwert finde ich cool. Die Feuerbälle finde ich auch cool. Es gibt wohl noch sowas wie Licht und Dunkel. Und das ist irgendwie darum abhängig von deinem Anzug. Ich habe hier jetzt den Rabenanzug Plus 3, der ist eher für dunkel. Und ich habe hier den Nachtsperr Plus 3, der ist für hell oder Licht. Und ja, die anderen habe ich nicht so wirklich noch erforscht, weil die einfach, ja, kein Plus haben. Aber falls ich da mal einen guten Anzug finde oder irgendwie mal Lust habe, die aufzumotzen. So. Kann ich ja da mal erinnern. Ja. Jetzt auf jeden Fall. Ich denke, wir müssen zurück ins Lager. Lager. Teleportieren. Ja. Die Basis. Jo. Beim Schneiden ist mir einiges aufgefallen, was ich hoffentlich jetzt verbessert habe. Den Ton vielleicht ein bisschen besser abgemischt habe. Und trotzdem würde es mich freuen, wenn ihr unter das Video schreibt, was euch nicht so gut gefällt, damit ich das ändern kann. Weil das sind jetzt hier die ersten Videos von mir. Und ich glaube, ich mache so ziemlich alles falsch, was es gerade geht. Aber ohne Feedback kann ich es ja auch nicht ändern. So, dann reden wir jetzt mal eine Runde. Mit wem fangen wir denn an? Hier mit der weißen. Was ist es? Sprechen, tauschen. Wir müssen es wiederherstellen. Das ist alles uninteressant. Hier ist die Musik. Die Mission. Suche die Blutquelle. Okay. Zentrum Ruin der Stadt. Aha. Okay. Denn hier kann man immer nur noch Ecke aufmorden. Sprechen. Bla bla. Ja, sprechen. Tja, mit dir kann ich mir das Paradies schon vorstellen. Weiter. Ähm. Du da. Dich habe ich gerade gefeuert, ne? Der Hunter. Er ist ein wirklich unverletztes Revenant. Er hat die Leben von beiden Freund und Foe genommen. Oder zumindest, wie geht das, wie das Gassip geht. Ich kann nicht sagen, wie viel ist wahr, aber du kannst sicher sein, dass er nicht jemanden, was zu messen ist. Hast du noch mehr Informationen an ihm? Nein. Ja, der Hunter, der scheint aussteht zu sein. Ja, ja, bla bla. Hier kann man Ausrüstung dann aufwerten, ne? Was willst du aufwerten? Ich mag dieses Schwerter eigentlich, ne? Wie kann man das aufwerten? Plus... Aufwerten kostet das und das. Königseisen... Königin in den Eisen... Oh. Habe ich jetzt nur eins, ne? Will ich das aufwerten? Ja, komm. Das wird man wohl irgendwie farben können, oder? Das Zeug. Ja. Ah, das Mädchen. Hier. Blutspender. Ja, wo bist du dann hier? Der Wind ist grad elendig laut. Das scheint ziemlich luxuriös. Ich habe ein viel besseres Leben jetzt, dankbar zu dir. Das freut mich. Du hast mich wirklich geschehen. Danke. Du hast mich wirklich geschehen. Danke. Du hast mich wirklich geschehen. Gib mir was. Danke. Ich dachte, ich kriege jetzt irgendwas. Ja, schade. Ja, hier haben wir noch den... Louis. Was hat's da mit auf sich, mit dem Projekt König? Ja, ich würde trotzdem... ...mehr über das Projekt Königin wissen. Vielleicht bin ich die Königin. Die Wiedergeburt deiner Schwester. Blablabla, blablabla, okay. Nein, nicht hinsetzen. Nein, 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 nein. Aufstehen. Ja. Interessant. Projekt Königin. Also, ist sie nicht so eine Königin im herkömmlichen Sinn, sondern... ...erschaffen worden. Als... ...Beschützer vielleicht dieser Welt. Vielleicht... ...Beschützer der Menschen. Vielleicht gab's damals noch keine Vampire. Vielleicht wurden die Menschen zu Vampiren. Die Hälfte irgendwie. Naja. Na gut. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Stadt. Ähm... Teleport. Ah, wie geht das jetzt? Untergrund, Ruin der Stadt. Ruin der Stadt. Ruin der Stadt. Untergrund. Das ist alles das Gleiche, ne? Zentrum, Ruin der Stadt. Ausgetruttete Gräben. Ah, komm, Zentrum. Da, hier. Fangen wir hier an. Jo, mysteriös. Mysteriös. Aber wir werden es schon schaffen. Da! Da leuchten schon zwei. Auf der Map. Ist der neu? Ne, der war schon hier, ne? Was ist hier? Oh, endlich. Endlich jemand ist hier. Ich wundere mich und alles war in Schamblez. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe keine Maske. Und diese Hälfte fühlt sich, dass es mich zählen wird. Aber es ist ein Monster. Es ist vorhin. Bitte mach etwas über das. Ich kann nicht rauskommen, bis es zu machen. Es ist ein Monster vorhanden. Warte, warte. Zuerst mal heilen hier. Hallo. Gleich schon mal hin, ne? Toll. Toll, toll, toll. Ja. Das war jetzt nicht so toll. Ja. Als erstes mal den Spell hier raus. Den brauchen wir nicht. Wir brauchen... Wann kann ich Adrenalin nicht verwenden? Ist das jetzt komisch? Okay. Okay. Dann versuchen wir das gleich nochmal. In gut hoffentlich. Autsch. Jawohl. Jawohl. Schon besser. Muss aber noch viel üben. Och, ne, komm. Kann aber auch daran liegen, dass ich jetzt einen neuen Bluttyp angenommen habe. Ich finde mich nämlich... Fühlt sich ein bisschen schwächer an. Ich finde mich schwächer, ja. Hä, was bist du? Kometos. Kometos. Nice. Überreste. Überall Reste. Lecker. Liegt wieder sowas. Ach, da bin ich vorhin gestorben, ne? Ach, ja, ja, ja. Ich dachte gerade, ey, was ist das? Das... Wollen wir uns zurück? So, jetzt mit dir reden, oder? Ja. Incredible. Focky. Das letzte, was ich erinnern habe, ist... ... die Stadt zerfällt... ... und all diese... ...Horror, die aufstehen. Ja. Die riesigen, riesigen Horror. Die haben mein Haus verbrannt. Wenn ich zurück da gehe, könnte ich mich noch mehr erinnern. Anyway... Danke für mich zu retten. Die Horror... Ich habe irgendwie... ... das Gefühl, den haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Das wird sicher so eine Questreihe. Finde ich cool, dass wir sowas eingebaut haben. Da werden doch überall die Gegner versteckt, ne? Na, hier. Ja, schieß mit dem Pfeil auf mich. Genau. Alter, das mit dem Rollen ist echt nicht so toll. Ah, im Rutschwert, okay. Hm... Das haben wir schon mal gehabt. Können wir verkaufen. Ja. Nein. 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 Einfach schnötzeln. Schnetzel, schnötzeln, schnötzel. Jetzt warten wir kurz, bis der Buff wiedergeht. So, der nächste wieder Wie schön sich die Stunnen lassen Fast zu einfach Ja, Talent Ausdauer maximiert Perfekt, das wollte ich Weil jetzt Habe ich das nämlich Also, zuerst mal ein bisschen weg von dem Typen Jetzt habe ich das Theoretisch auch, wenn ich hier wieder Prometheus bin Prometheus Ausdauer, ja Perfekt Jetzt gibt es aber noch andere Passive, die ich gerne hätte Und zwar Ist das ein Passiv? Ja Entzug Was auch immer Entzug ist Tut mir leid, falls die Folge ein bisschen öde ist Wenn sie jetzt so eine Level-Folge ist Aber Ich finde das ganz angebracht Dass ich das jetzt auch mal ein bisschen mache Och Hallo, mein Herr Was wollen Sie? Ich habe jetzt mehr Ausdauer Dachte ich zumindest Warte mal Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sieben Schläge Ach, ich hatte das Ausdauer-Ding nicht drin Okay Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Acht Einschlag mehr Okay Okay Ja, kann über Leben und Tod entscheiden Edles Duftwasser Weiß Ich koche Und Ah, der ist anders, okay Der ist anders, der ist anders Oh je Jetzt sind es zwei Mach mal zuerst den Vielleicht wieder mal eine Heilung Wird zwischendrin Soll ganz nützlich sein Feuerball So großer Feuerball, Junge Das wäre cool Ja Jo Ähm Weitere Gegner Zum trainieren Komm Oh Gott Was mach ich? Was mach ich hier? Drei, vier, fünf, sechs, sieben Jo Ähm Ja Ich hab wieder vergessen Hier Was zu labern nebenbei Das ist auch eine Fähigkeit Ich wieder lernen muss Ähm Euch nicht zu langweilen Da Wenn der Kommentator Nichts kommentiert Macht das Spiel natürlich Kein Spaß Zuzukommen Könnt mir das auch gerne In die Kommentare schreiben Wenn ich zu wenig rede Ja manchmal bin ich einfach zu verbissen Im Spiel Alter Was ist mit dem Schild los? Was gibt es hier Schönes? Wecker Das hab ich auch noch nicht gecheckt Das muss ich nochmal durchlesen Was die Dinger Hilfee Alter was? Nein, 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 nein Nein, 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 nein Komm, gib mir Healing, weil Jetzt dann eh gleich die Mistel Ah, okay Ah Feuerball Uiuiui Die Mistel ist über mir, oder was? Aha Da liegt irgendwo so ein Splitter Oder sowas Wo ist der Splitter? Man hat's gehört Ich dachte jetzt hier ist die Mistel Darum hab ich die Healings benutzt Hätte ich das Nicht tun sollen Vielleicht Können wir an der vorbei? Ja, nice Ähm Auch hier ist der Stinker Gut Monsieur Stinker Was ist los? Wait, you're the crimson sword Hey, let me just say I don't have time for dealing with folks like you I'm in a tight enough spot already And now the lost are slowing me down Damn it all I just want to find a blood spring for everyone The lost over in the park There's nothing I can do about them Over in the park There's a real beefy lost hanging around Over in the park Naja, ich was verstanden Ich muss zum Park Aber zuerst Hätte ich gern den Splitter gefunden Also ich war da oben Da muss der quasi unter mir gewesen sein Oder über mir Was bedeutet Vielleicht doch über mir Alter, was das Nicht über mir Verbindung wurde unterbrochen Das Spiel wird im Offline-Modus fortgesetzt Okay Ja gut Ist mein Internet weg, oder wie? Da Die Stimme ist schon wieder Ist das doch da unten vielleicht Oder ist das einfach nur ein Bug, ne? Kann ja auch sein Nice Passives Talent verbessert Nice, den muss ich auch mal benutzen Ah Tut einfach nix, ne? Gut Aha Achso, ich hab das andere Boni gar nicht drin, ne? Wir mehr leben Bin ja dumm Was war das jetzt eigentlich genau? Erhöht Entzugswert von Waffenangriffen Was ist denn ein Entzugswert, ne? Das ist die nächste Frage Ähm Hier haben wir Passive Hier haben wir alle Passiven Hier, was ist das? Das da Sprinten Das macht Sprinten Reduziert bei Sprinten Verbraucht aus Au, das ist gut Das brauchen wir Flammenschwert Go Feuerball Ja Ja, ja, ja Hunde, 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 Hunde Vergesst Ich vergaß Paralyse Okay Das sind Splitter Ja, aber jetzt komm ich immer weiter weg von dem Das will ich eigentlich nicht Der lebt Und der lebt auch Ja Haha Doch, schaut Na, solange es nicht zu viele werden Alter Was bist du für ein Ninja? Ah, noch einer Was sagte ich gerade mit zu viele? Gegenstand, kein Platz im Inventar Ja, komm jetzt heilen wir mal Hey, was hast du für ein Problem da vorne? Ja, gut Ist das das Ding, was geredet hat? Ich glaube ja nicht, ne Das löst nur so ein Event aus Ah, ich weiß Es ist langweilig Wenn ich etwas doppelt mache Ich muss zurück Ich hätte gerne den Splitter Oder soll Ne Das mache ich Offline Mal Wenn ihr das nicht seht Du lebst Jemand merkt richtig Die Wackeln Nein Boah Ja, manchmal stehen die einfach nur rum Manchmal machen die einfach nichts Unter Okay Hier liegt auch nichts, oder? Komm schon Ich werde den Splitter Ja Hast du mich verjagt gerade Unter mit dir Das ist immer cool Das Gegner-Design, ne? Dann gleich drei hintereinander Naja Hier ist es sehr eng Ah, Harry Harry ist also auch ein Ding Ah, la, 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 la Lass mir sein Flammenschwert machen Nein, 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 nein Warum meister ich eigentlich das? Ach, da ist eine Anzeige dran Wie viel das gemeistert ist Okay Okay, okay I see Aha, 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 hier war ich schon mal, oder? Oder auch nicht, weil du lebst, wenn du lebst. Und du auch. Alter, nein, nein, hinterher, hinterher. Hinterhold. Wah! So, jetzt du. Lieber Herr. Dark Souls 2.0, naja. Ha, ha! Ja, das levelt er ja gar nicht. Levelt das vielleicht beim Sprinten? Vielleicht levelt das nur, wenn ich Sprinte. Ich bin, 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 ich Jo. Irgendwas versteckt noch. Hier waren wir ja schon. Da habe ich mich dann entschlossen durchzulaufen, weil... ...einfach zu viele Gegner sind. Das werde ich vielleicht dieses Mal auch machen. Genau. Ja, springt, levelt einfach nicht, ne? Das war hier. Hier war irgendwas, ne? Vom Ton. Ja, kann mich täuschen. Auf jeden Fall. Sollten wir weiterlaufen. Da werde ich jetzt einfach schnell durchrasen. Und hoffentlich ist es schaffen. Bis zur Mistel. Weil ich will die echt nicht bekämpfen. Das sind einfach zu viele. Ganz ehrlich. Vielleicht irgendwann, wenn wir richtig OP sind, menschlich hier nochmal doof. Wie wir das auch gemacht haben. Kommt, es ist... Autsch! Irgendwie, guck mal an hier. Es ist der dritte Fette schon. Da muss man skippen einfach. Skip, skip, skip. Skip. Jetzt bin ich verwirrt. Die fließt doch weiter, oder? Ach, hier, 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 hier. Och, das sind jetzt auch Gegner. Ja, toll. Mistel, rette mich. Ja. Haha, Spiel. Ausgetrickst. Den, den mach ich trotzdem jetzt. Alter, haben die viel Leben. Big Mama hier. Oh, oh, so ein Dreierangriff, ne? Ja, lach du. Wie wird das Lachen schon vergehen? Weil ich dich mit meinem... Feuerball treffe. Ha! Oh mein Gott, das ist mir nicht schade. Gibt es jetzt los? Ach, du heilige. Vielleicht falle ich wieder runter, ne? Das ist so der typische Moment. Ach, das ist der Boss. Den sollen wir legen. Ach, Gott. Nee, nee. Echt jetzt. Warst du's? Nee. Komm schon. Jawohl. Oh, ja. So, und wenn ich jetzt zum Typ zurückgehe, krieg ich dann was? Mal schnell, schnell, Reise. Teleportation. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Hier, Parkhaus, ne? Und das war's auch schon wieder von diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gerne eins der vorgeschlagenen Videos an und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.